round one die markus oder soll ich hinterher machen was hast du in der herzen playstation spieler es juckt und so stört doch nicht also bisher läuft es gut also die sind sehr aktiv ich wusste nicht ob ich ihn oben oder unten nehmen so ein bisschen komisch das ich habe zugeguckt also war schön anzusehen ok ich holen ich 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 sorry ja in die richtung ist halt immer kacke alles gut war der penner ich bin nicht da habe ich gut dass er das macht was ich machen wollte aber ok und vorbei ich hatte vor allem extra ich hab gar nicht darauf gedacht dass du kommst ich habe einmal geboostet um um wieder einzusammeln halb so wild ich hab so schön ich bin so weit weg der im torwart ist gar nicht so schlecht danke das denken die sich auch okay alles gut schön schön wurde geboomt Okay Schade Hatte leider keinen Boost dafür Du, du, du Nein, aber ich hab ihn getackelt Ja Nein Kacke Kein Boost Ah Es war gut, dass du ihn berührt hast Ich hätte ihn sonst nicht erwischt, Marco Aber Verdammt Naja, trotzdem Ein super souveränes 1 zu 0 Aber dann wärst du wahrscheinlich schneller da gewesen Ja Hashtag und true story und so Oh Oh, schöner Pass Echt Bin ja hinten, Daniel, mach was Komm, mach was cooles Okay Okay, ja Ja Ja, okay Ja Letzter hat's geapert Ich wollte ausweichen Ich fliege Schön geklärt, Marco Oh, komm Marco, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick Das ist alles Danielsschuld, guck mal was für ein kacken Klärungsversuch der hatte Wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns genau da treffen, Marco Aber wie wahrscheinlich wär's gewesen, dass wir den Ball gehalten hätten Bei mir 100% Oh, sorry Oh, nein Also 100% Oh, nein Oh, nein Oh, Gott Oh, Gott Als ob Als ob Als ob Daniel das im Alleingang macht Easy Weißt du, wir verkacken komplett alles, Daniel Mein Fehler von eben ausbügeln Jetzt kann ich wieder genauso scheiße spielen 3-0, Daniel Ab dem 3-0 Ey, ich mach doch gerade nix risky-mäßiges So Ja, ab dem 3-0 Komm mit Okay Ich hab keinen Boost Aber reicht doch Guck mal, alle drei Gefäß Ah, die dachten nicht Ey, der kann doch nicht so inkompetent sein Und dann Marco Ach ja, doch ist er Und ich nutze es immer aus Too sorry Oh, okay Marco ist tot Naja, aber verkackt Ja Du kannst das jetzt auch nicht sagen Achtung, der geht Boah Oh Der geht nochmal Ja Okay Oh Schön Oh Und du bist tot Ja Okay, ich komm mit Ja, ich hab halt keinen Boost mehr Okay Nehme ich den Oh shit Eigentlich hab ich gerade eben ein bisschen Redirects gemacht Genau Sehr schön Vorlage Jungs Ja, von weh denn Da, bitte Vorlage, war doch gut Nein Ich hab mich gerade fast in den Ball eingeschraubt Da, wo wolltest du hin? Der Ball geht in unsere Richtung Und drinnen Neh 30 Sekunden noch Aber ich glaube, ich hab das so gemacht Jep Schön, Marco Sehr gut Ich schieße nur noch aufs Tor, wenn ich mir 100% sicher bin Ja Ach, kacke Hab ich Der geht, ja Oh, schlecht geblockt Eher schlecht als schlecht Und er hat nicht was genommen Oh Ist ja auch zu gut gewesen Ich bin komplett am Arsch und komplett Boostless Sehr schön gehalten Boah Ich bin immer noch komplett Boostless Ja Boah, ich werde immer sehr geschubst Wie so ein Opfer Und jetzt hab ich wieder Bo Ja, gönn dir das Boost, Daniel, gönn es dir Lass dir Zeit, Marco, mach den gleich Ja, irgendwie Ah, ich wurde weggebumst Mist Jetzt hab ich den Ball nicht gesehen, ey Okay Ähm, okay Hat halt nix Oh Oh Okay, sehr schön Daniel, du wirst gekillt Oh Nein, werde ich nicht Boah Oh Wie er versucht Die zu demolieren Er ist ein Noob Ja Marco, komm Marco, komm Hüt, hüt, hüt Hüt, hüt Hüt, 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 hüt Hüt, hüt, hüt Ich hab keinen Boost Ich hab keinen Boost Mhm, so beide Fliegen Thorst Ja, vielleicht Hältern, wahrscheinlich Hältern, ja Thorst leer, die sind jetzt salzig, ey Ja Ja Oh, dann hab ich nen Boost geklaut Ah Oh Nein, hallo, ich hab geschossen Ich hab keinen Boost Oh, nice Hauptsache, er kriegt kein Tor, das wär schon das geilste Nice Nice Den verlängert Ja Schade Au Oh, GG Wortlos gehen